Wauw, wauw, wauw. Servus, ICF Munich! Hallo zusammen, ich freue mich so hier zu sein heute. Und ich fühle mich wirklich zu Hause hier. Wisst ihr warum? Weil es in Tel Aviv sehr viele Nachtclubs gibt. Mein Traum ist, dass in Tel Aviv alle Nachtclubs zu Kirchen werden. Und ihr habt es hier geschafft. Ihr habt hier eine Kirche im Nachtclub. Gebt euch einen großen Applaus, dass ihr hier seid. Und ich denke echt, es ist großartig. Und ich denke echt, es ist großartig. Ich habe heute meine ganze Familie mitgebracht. Meine Kinder, die genießen noch immer das Kinderprogramm irgendwo. Und ich habe meine wunderbare Frau. Und ich habe meine wunderbare Frau. Steh mal bitte auf. Ist sie nicht wunderhübsch? Sie ist mein Fan in der ersten Reihe. Und wenn ihr alle still seid, wird sie immer mich noch anfeuern. Und wir haben dieses Jahr unser 10-jähriges Jubiläum. Yes. Heute möchte ich mit euch über kleine Anfänge sprechen. Und alles in unserem Leben fängt mal klein an. Und ich bin ein Fan von kleinen Anfängen. Ich mag es, so etwas Neues zu starten und vielleicht auch noch, wenn es klein ist. Und deswegen planen wir auch, nach Haifa zu gehen und da in einer anderen Stadt eine neue Kirche zu gründen. Weil ich glaube, da liegt eine große Kraft und großes Potenzial in kleinen Anfängen. Aber so viele Menschen, die verachten die Tage von kleinen Anfängen. Aber so viele Menschen, die verachten die Tage von kleinen Anfängen. Und die können gar nicht mehr sehen, was für eine Kraft und was für ein Potenzial darin liegt. Und ich glaube, das ist deswegen, weil wir zu diesem Mikrowellen-Lifestyle gewöhnt sind. Wir essen Fastfood und alles muss einfach immer schnell gehen. Und darum sehen wir diese Kraft und das Potenzial in den kleinen Anfängen nicht mehr. Aber ich möchte euch heute ermutigen, mit diesen kleinen Anfängen weiterzugehen, die ihr schon begonnen habt. Vor ein paar Jahren bin ich mit meiner Familie nach Tel Aviv gezogen, um eine coole, moderne Kirche zu gründen. Und wir haben in der Ukraine in einer großen Kirche Bibelschule gemacht und fertig gemacht. Wir waren so begeistert, zurück nach Tel Aviv zu gehen und eine große Kirche zu gründen. Wir hatten diesen Fünfjahresplan. Und wir dachten, wir bringen einfach eine Nebelmaschine und dann kommen die jungen Leute einfach in unsere Kirche gerannt. Und dann, Saturday after Saturday, every week, wir haben eine Celebration gestartet, Samstag nach Samstag nach Samstag. Wir brachten Chairs und Bar und Smokmachines und Lichts und all we can have, even black covers over here. Und wir haben alles Mögliche gemacht. Wir haben Lichter gebracht und wir haben sogar die Wände schwarz gemacht. Und in zwei Jahren kamen immer nur fünf bis sieben Leute in unsere Celebration. Und diese sieben Leute, das war die Worship Band, das waren zwei Leute. Und meine Familie und ich mit unseren zwei Kindern. Und die Worship Band, die hat Lobpreis gemacht mit meiner Familie. Und dann, when worship is finished, Natascha took the kids to the kids club. Und ich preached to the Worship Band. Amen. It was an exciting beginning. But be, you know, open with you, after one year. Of these kind of celebrations. I was so discouraged. Echt entmutigt. I prayed to God and I said, where is the new kind of church in my city? Und ich habe zu Gott gebetet, wo ist denn jetzt diese neue Kirche in meiner Stadt? Where are all these young people coming to church and jumping for Jesus? Und wo sind all diese jungen Leute, die in die Kirche kommen und für Jesus hüpfen? And when I prayed, God told me something. Und als ich gebetet habe, hat Gott mir was gesagt. He said, keep doing what you have started. Und er hat gesagt, mach weiter so, wie du es angefangen hast. Because it's a huge power and potential in a small beginning. Weil da ist so viel Kraft und Potenzial in diesen kleinen Anfängen. Man, I really like it. Und ich mag das wirklich. Und ich habe einen Bibelvers für euch mitgebracht. Psalm 1, Vers 3. Psalm 1, Vers 3. Wir kennen den wahrscheinlich alle, richtig? Er ist wie ein Baum, der nah am Wasser steht. Und Frucht trägt jedes Jahr, in jeder Jahreszeit. Und dessen Blätter nie verwelken, was er sich vornimmt, das gelingt. Und den zweiten Teil dieses Verses, den mögen wir alle. Wir wollen wachsen in unserer Leben. Wir wollen Erfolg haben. Wir wollen eine glückliche Familie haben. Wir wollen eine glückliche Familie haben. Wir wollen eine Million pro Jahr. Amen, Businessmen, Leute, hier? Und wir wollen eine Million pro Jahr verdienen. Aber in Dezember, we see that every single tree brings fruits in a special time and special season in life. Aber wir sehen auch in diesem Bibelvers, dass jede Frucht so seine eigene Jahreszeit hat. Und als ich mir diesen Vers genauer angeschaut habe, da habe ich mich auch um Bäume informiert. Und ich habe diesen Walnussbaum gefunden. Kennt ihr den Walnussbaum? Das ist die Walnuss. Kennt ihr das? Und da ist es etwas ganz Besonderes über diesen Walnussbaum. Die ersten Früchte kommen bei diesem Baum nach 15 bis 18 Jahren Vorbereitung. So basically, if I would be a gardener, I need to take care of this tree 15 to 18 years, having nothing, zero fruits from the tree. Und wenn ich also so ein Gärtner wäre, dann müsste ich mich um diesen Baum 15 Jahre kümmern, ohne je eine einzige Frucht gesehen zu haben. Und es ist gar nicht so leicht, oder? Man, but we modernen Menschen, we don't think like that anymore. Aber wir modernen Menschen, wir denken so gar nicht mehr. Ich glaube, jeder von uns sollte mal einen Baum kaufen und nach Hause bringen und dann sollten wir uns darum kümmern. Und dann sehen wir, wie so langsam die Früchte kommen. Weil unsere Großeltern, die wussten noch, wie man einen Baum pflanzt. Aber in unserer modernen Welt, wir wechseln unser iPhone jedes Jahr. Oder unser Auto. Wir wechseln unsere Frau an, die doch nicht. Und du musst dich um deinen Traum oder um deinen Baum langfristig kümmern. Und was echt am interessantesten ist über diesen Baum, dass es 200 Jahre trägt, dieser Baum Frucht. Habt ihr mich gehört? 200 Jahre. Möchtest du, dass dein Business nach 200 Jahren immer noch da ist? Ich möchte, dass ICF Tel Aviv auch noch in 200 Jahren da ist und aufblüht. Deswegen muss ich mich jetzt um meine kleine Kirche kümmern. Und ich muss sie gesund aufwachsen lassen. Und sie auf einer guten Grundlage aufbauen. Und ich muss langfristig denken. Also möchte ich euch heute ermutigen. Bereite dich darauf vor, langfristig zu denken. Nicht nur für alles Schnelle, für das Fast Food. Vielleicht wenn du heiratest. Nicht suddenly, aber ich meine, recently. Wenn du kürzlich geheiratet hast. So prepare for the long run. Bereite dich darauf vor, langfristig dann zu arbeiten. Nicht nur für ein Jahr und vielleicht, wenn es danach immer noch nicht läuft, dann sagst du, die Frau ist einfach nicht die richtige. Ich möchte mich scheiden lassen. Ich möchte aufgeben. Bereite dich auf zehn Jahre vor. Und dann, nach zehn Jahren, wirst du so leichte Früchte deiner Liebe gesehen. So wie nach zehn Jahren, wir fühlen da so ein bisschen Liebe in unserer Beziehung. Ich meine, die true Liebe. Not, you know, like, Emotionen. Und du beginnst zu daten und du bist like, oh. Also ich spreche nicht von Gefühlen, sondern von wahrer Liebe. Aber wenn du heiratest, dann fängt das wirkliche Leben erst an. Also bereite dich darauf vor, langfristig an etwas zu arbeiten. If you have started business, so prepare yourself for five, ten, twenty, thirty, one-hundred-year-run. And maybe you already have for five years and you don't have good fruits you have expected, so don't give up. Keep going. Amen? Man, you like this idea? But then you will ask me, how? How can I keep going? Where is this power I can handle to keep my run? Because from the stage it's easy and nice to preach and encourage you. But in a real love, it's not that easy. So I have three superpowers for you. Also habe ich drei superkräfte für euch. To equip ourselves today for the long run. Um uns heute auszurüsten, langfristig zu arbeiten. Seid ihr dafür bereit? Three simple thoughts. Drei einfache Gedanken. Number one. Number eins. Power of faith. Die Kraft des Glaubens. Matthew chapter 17, verse 20. In Matthäus 17, verse 20 steht, Jesus says, you don't have enough faith. I tell you the truth. If you had faith, even as small as master's seed, you could say to this mountain, move from here to there, and it would move. Nothing would be impossible. Und Jesus sagt, weil ihr nicht wirklich glaubt, wenn euer Glaube nur so groß wäre wie ein Senfkorn, könntet ihr zu diesem Berg sagen, rücke von hier dorthin, und es würde geschehen. Nichts wäre euch unmöglich. I really like this saying. Und ich mag es sehr, was da steht. You know, disciples, they were with Jesus many times. Und die haben an Jesus geglaubt, weil sie ihn gesehen haben. Und trotzdem sagt Jesus, ihr habt nicht genug Glaube. Und manchmal glaube ich selbst, dass ich einfach nicht genug Glaube habe, um einen Durchbruch zu haben in meinem Leben. Manchmal glaube ich, ich habe nicht genug Glaube, um einen Berg zu versetzen in meinem Leben. Und das ist okay. Weil Jesus sagt, dein Glaube muss nur so klein sein wie dieses kleine Senfkorn, wie wir hier auf dem Bild sehen. Und das reicht aus, um Berge zu versetzen in eurem Leben. Du musst gar nicht warten, bis ein großer Prediger kommt und für einen Wunder betet. Du musst nur so wenig an Jesus glauben. Dann ist es genug, um Berge zu versetzen in deinem Leben. Wenn du zum Beispiel nur so wenig Glaube hast für die Zukunft deiner Familie. Dann ist es genug, um Berge zu versetzen in den Beziehungen in deiner Familie. Du musst nicht warten, bis dein Glaube riesig ist. Für heute ist es genug. Wer hat ein bisschen Glaube, dass Jesus dein Herrnreizter ist? Vielleicht nicht wie ich als Pastor, aber du kamst für den ersten oder zweiten Mal und sagst, ich habe ein bisschen Glaube. Das ist genug für dein Wunder. Es reicht aus, damit Gott ein Wunder tun kann in deinem Leben. Weil am Ende des Tages geht es nicht um dich, sondern um Jesus in deinem Leben. Amen. Ich glaube wirklich, dass wir genug Glaube haben in unserem Leben, um Berge zu versetzen. Ich komme aus Tel Aviv. Und meine Stadt wurde erst vor 100 Jahren gegründet. Wenn die Juden, wo die Juden zurückkamen nach Israel, dann kamen sie zu Jaffa, das ist so in meiner Region. Und dann kamen sie so zusammen. Und die haben gesagt, wir wollen eine neue Stadt gründen. Und sie haben vor ihren Augen gar nichts gesehen, außer Wüste. Aber in ihrem Herzen hatten sie so ein bisschen Glaube, dass sie etwas machen konnten. Dass sie Schritt für Schritt für Schritt eine neue Stadt in ihrem Land gründen können. Und glaubt mir, Juden damals, die hatten überhaupt gar kein Glauben. Weil sie überall auf der Welt verfolgt wurden. 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 Die hatten Angst. No skills, no money, no nothing. Die hatten keine Fähigkeiten, kein Geld, gar nichts. Und yet they came und standen in dieser Wüste. Aber in ihren Augen, da hatten sie einfach so, vor ihren Augen hatten sie diese große Stadt. Und über die 100 Jahre, da ist dieses moderne Tel Aviv von heute entstanden. Und es ist von so wenigem Glauben entstanden. 100 Pioniere haben zusammen gesagt, wir wollen etwas verändern. Ich glaube wirklich an ICF München, hier in München. Und es ist nur ein kleiner Anfang heute. Und eure Zukunft ist so viel größer, als ihr euch überhaupt vorstellen könnt. Und Gott kann hundert Pioniere benutzen und einfach neue Gründe entdecken. Und du musst auch gar keinen großen Glauben haben, wie ich weiß nicht wer. Aber so ein bisschen Glaube, aber Glaube in Jesus. Ist es okay, bis jetzt? Seid ihr mit mir? Okay. Die zweite Kraft ist die Kraft von Gottes Versprechen. Ich liebe diese Geschichte von Abraham. Kennt ihr Abraham? Der Vater des Glaubens? Lest ihr überhaupt das Alte Testament in Europa? Also da ist Abraham. Gott kam zu Abraham für die erste Mal und sie hatten ein kleines Chat mit ihm, als er 75 Jahre alt war. Und Gott hat zum ersten Mal zu Abraham gesprochen und die hatten so eine kleine Unterhaltung, als Abraham 75 Jahre alt war. Und Gott hat Abraham versprochen, dass er ein Vater der Nationen werden wird. Er wird viele Kinder haben. Und wenn ihr die Geschichte von Abraham kennt, dann wisst ihr, er war 75 Jahre alt, aber er hatte keine Kinder. Null. Und ich stelle mir das so vor, dass Abraham total aufgeregt war und gesagt hat, ja, endlich habe ich ein erstes Kind in meinem Leben. Ich möchte diesem Gott glauben. Und er hat mir so ein großes Versprechen gegeben. Und er hat mich zum Himmel gebracht und er hat gesagt, schau mir die Sterne an. Du wirst mehr Kinder haben, als du überhaupt Sterne am Himmel siehst. Was ein großartiger Gott, oder? Und Abraham war total begeistert. Und er hat sofort die Sarah geschnappt. Und sie sind ins Zelt gegangen. Und sie taten, was auch immer. Und dann neun Monate ist nichts passiert. Er hat gesagt, vielleicht haben wir was falsch gemacht, lass es uns nochmal probieren. Und die haben nochmal das versucht, aber nichts hat funktioniert. Und fünf weitere Jahre und nichts ist passiert. Und zehn weitere Jahre und nichts ist passiert. Und Abraham hat 25 lange Jahre auf seinen ersten Sohn gewartet. Und wie kannst du an diesen Gott glauben, für den du 25 Jahre warten musst? Aber Abraham hat an seinem Versprechen festgehalten. Und das möchte ich heute euch mitgeben. Gott hat uns so viele Versprechen gegeben. Und wir müssen sie bildlich machen in unserem Leben. Und dieses Bild müssen wir immer vor Augen haben. Und wenn die Zeit kommt, wo du entmutigt bist in deinem Leben. So then you come to the stars and you say, I remember 20 years ago. Geh zurück zu den Sternen und sag, ich erinnere mich, vor 20 Jahren. Gott hat mir Gott was versprochen. Dass ich eine gesunde Familie haben werde. Dass ich eine gesunde Familie haben werde. Dass ich eine Kirche haben werde mit 1.000 Leuten in Tel Aviv. Dass ich eine Kirche haben werde mit 1.000 Leuten in Tel Aviv. Dass ich Erfolg haben werde in meiner Arbeit. Dass meine Kinder Gott für immer lieben werden. Und hab dieses Bild in deinem Kopf. Als ich zum ersten Mal nach Tel Aviv gekommen bin. Da bin ich zu so einer Konferenz gegangen im Hangar 11. Das waren 1.000 Leute auf dieser Konferenz. Und ich saß da in der ersten Reihe. Und Gott hat mich so wie angestupst und gesagt, dreh dich um. Und schau dir diese 1.000 Leute an. Und er hat gesagt, du wirst eine lokale Kirche haben wie das hier. Und ich habe gedacht, eine lokale Kirche mit 1.000 Leuten in Israel. Das ist unmöglich. Wir haben nicht mal eine Kirche mit 500 Leuten in Israel. Aber diese Gedanken, die kamen in mein Herz. Und da wurde dieser Traum gepflanzt in mein Herz. Und nach 10 Jahren oder 10 Jahre später haben wir ICF Tel Aviv gegründet. Und es ist nicht einfach mit dieser kleinen Kirche. Und ich träume weiter diesen Traum, den Gott mir gezeigt hat. Und wenn ich diese Zeit habe, wo ich entmutigt bin in meinem Leben. Ich komme neben diesem Ort, da ist ein Kaffee. Und ich kaufe mir mein Cappuccino. Und ich sitze gegenüber diesem Ort. Und dann sitze ich gegenüber diesem Ort. Und ich erinnere mich an diesen Tag, wo Gott mir versprochen hat, ich werde die Kirche mit diesen 1.000 Leuten haben. Und dann nehme ich mein Team mit zu diesem Kaffee. Und ich gebe ihnen diese Vision und ich empfehle ihnen, man, wir werden diese Kirche haben. Und dann bringe ich meine Leiter und meine Mitarbeiter hierher und dann sage ich, wir werden diese Kirche haben in diesem Ort. Halte fest an Gottes Versprechen in deinem Leben. Und vielleicht braucht es für mich 25 Jahre. Jetzt bin ich 30, also wenn ich 5 von 50 sein oder 60. Ich habe noch Zeit. Und ich bin bereit dafür, zu arbeiten und meinen Traum wahr werden zu lassen. Amen. Nummer drei. Die Kraft des Wartens. Lass uns das zusammen sagen. Es hört sich sehr langweilig an. Warten. Wie ist es in Deutsch? Warten. Es ist sogar noch langweiliger. Warten. Wir lieben es nicht zu warten. Aber die Bibel sagt in Galatians 6, Vers 9. Werdet nicht müde, Gutes zu tun. Es wird eine Zeit kommen, in der ihr eine reiche Ernte einbringt. Gebt nur nicht vorher auf. Was ich euch heute mitgeben möchte, gebt nicht auf. Gebt euren Traum niemals auf. Gebt euren kleinen Anfang nicht auf. Jemand hat mal gesagt, Eine Erwartungshaltung ist der beste Nährboden für Wunder. Und während wir warten, müssen wir eine Atmosphäre der Erwartung gründen. Wir müssen von Gott erwarten, dass er uns ein Wunder geben kann, jetzt in dem Moment. Glaube mit einem kleinen Glauben. Und halte fest an Gottes Versprechen. Und sei begeistert über diesen Prozess des Wartens. Weil du hast schon gehört, es gab schon jemanden, der genau das gemacht hat. Und ich habe das gehört, weil ich in meiner Bibel lesen kann, dass die Kirche in Jerusalem gegründet wurde. Und auch in Israel, da gab es schon große Kirchen. Aber heute ist es nicht mehr eine neue Art von Kirche. Und was wir tun, wir versuchen einfach, diese geistliche Mauer wieder aufzubauen in Israel. Und es ist meine Ermutigung an euch. Ich möchte begeistert sein über dieses Warten. Weil jemand hat mal gesagt, früher, da gab es mal 20.000 Leute in der Kirche in Jerusalem. Also gab es schon mal jemanden, der hat es schon geschafft. Und wir können das nochmal schaffen. Amen. Vor allem mit eurer Hilfe, ICF München. Amen. Die Kraft des Wartens. Abraham hat 25 Jahre auf seinen ersten Sohn gewartet. Als Samuel David gesalbt hat, um König zu werden. David hat trotzdem noch 14 Jahre gewartet, bis er wirklich als König eingesetzt wurde. Was für einen großartigen Gott haben wir, meine Freunde. Und wir wollen von ihm erwarten, dass er uns ein Wunder geben kann. Dieses Jahr, da hatten wir ein großes Event in unserer Kirche. Wir wollten einfach ein größeres Event für uns haben. Und dann haben wir eine Location gesucht für dieses große Event. Und wir haben einfach so verschiedene Locations abgefragt. Und dann haben wir so eine kleine Halle gefunden, die war direkt neben dieser Location Hangar 11, von denen ich euch schon erzählt habe. Und dann haben wir gesagt, genau da wollen wir hin. Wir haben diesen Vertrag unterschrieben. Und dann, nach ein paar Monaten, der Besitzer dieses Ortes angerufen hat mich. Und er hat mich in sein Büro gebeten. Ich habe Neuigkeiten für dich. Wir können euch leider diese Halle gar nicht mehr geben. Es ist in Israel, läuft es halt so. Es ist einfach die Art zu kommunizieren, wie man so Dinge macht. Und dann hat er gesagt, wir haben das halt schon an jemand anderes vermietet. Aber ich möchte ein Angebot machen. Ich möchte dir einfach diesen Hangar 11, diesen großen Ort geben. Und vor einem Monat haben wir genau dieses Event gemacht in Hangar 11 mit 200 Leuten. Und wir haben ein kleines Highlight-Video für euch vorbereitet. Und dann, nachdem wir uns wiederholfen. Musik Amazing. Let's give a big applause to our amazing God. Lass uns Gott einen großen Applaus geben. Our God, he is the God of miracles. Unser Gott ist der Gottesglauben, äh, der Wunder. Und ich glaube, diese drei einfachen Gedanken werden dir helfen. Glaube an Gott. Halte an seinen Versprechen fest. Und kreiert diese Atmosphäre der Erwartung, während ihr wartet. Wenn Gott in meinem Leben Wunder tun kann, dann kann er auch in deinem Leben Wunder tun. Und ich glaube wirklich, es gibt hier einige Leute, du hast fast deinen Traum aufgegeben. Du hast deine Familie fast aufgegeben. Du hast fast dein Geschäft, für dein Ministry, für dein Studium, was auch immer du tust. Einfach weil du diese Früchte noch nicht sehen kannst. Und ich möchte dich heute ermutigen. Und ich möchte dich heute ermutigen. Mach weiter. Mach weiter. Glaube. Und bleib einfach dran an Gottes Versprechen für dich. Und warte mit dieser Erwartungshaltung. Ich möchte heute für dich beten. Und wenn du so fühlst, dann bete einfach mit mir. Gott im Himmel. Ich danke dir für diesen Morgen. Ich danke dir für diese Zeit. Ich danke dir für die Versprechen, die du gemacht hast. Ich liebe dich, Herr. Du siehst mich und du weißt, ich möchte meinen Traum aufgeben. Ich bitte dich, mir zu helfen, weiterzugehen mit meinem Traum. Ich glaube an dich. Ich glaube an deine Versprechen. Und ich warte auf deine Wunder in meinem Leben. Ich liebe dich, Gott. In Jesus' Namen wir beten. Amen. Amen. Amen.